Jetzt ist kurz nach Mitternacht, das Video ist ein bisschen spät, ich dachte. Ich hoffe, morgen haben wir genauso schönes Wetter wie heute. Oder inzwischen heute wie gestern. Ich schaue nochmal, also nicht hier, sondern im Süden. Das Wetter war heute so schön, ich konnte ein paar Videos machen. Der Bachstelz ist in meine Nähe gekommen. Jetzt ist Nono 29, während der 14. Jahr 2023. Ich bin wie immer live auf Twitch. Ich habe noch meine Haare geschnitten, sorry. Ich bin wie immer live auf Twitch. Ich bin wie immer live auf Twitch. Ich bin wie immer live auf Twitch.